So, liebe Leute von heute, herzlichst Willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die Playstation 4, wo wir nun versuchen wollen, Zhao irgendwie zu erreichen. Hier in diesem eigenartigen Bereich der großen Kluft, die uns irgendwie hier gefangen hält. Als wenn dieser Teil der Kluft selbst ein lebendiges Wesen sei. So sieht's jetzt irgendwie danach aus. Die ganze Kluft hat auf jeden Fall etwas mit den Yaksha zu tun von Song Lee, also von Rex Lapis. Und wir wissen ja, Zhao ist, er sagt, am Leben, eine ist, er sagt, ein Yaksha ist auf jeden Fall des Wahnsinns am Heim gefallen, der andere ist, er sagt, gestorben, der andere wiederum, tja, keine Ahnung, ermordet und dann, er sagt, ein weiterer war verschwunden. Oder so ähnlich. Wir fahren ringsherum, sprich mit Zhao. Wo ist er denn jetzt? Oh, es ist ein Raumress. Konkurrer von Dämonen. Kannst du mich hören? Es ist Yenfei. Der Reiseer und ich versuchen, dich zu finden. Zhao, seid ihr da? Reiseer? Yenfei? Es hat funktioniert. Sind Sie okay? Ich bin okay. Wir haben euch kämpfen gehört. Wir haben euch kämpfen gehört. Es ist chaotisch hier. Wir sind nicht in dem gleichen Raum, aber manchmal kann der Sound durchgehen. Das bedeutet, dass diese einzelnen Raum intersekt von Zeit zu Zeit. Alles ist chaotisch hier. Versucht erstmal zu uns rüber zu kommen. Nein. Er sagt er auch. Das ist wahr. 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 Wie haben wir uns rüber? Konkurrer von Dämonen. Kannst du herausfinden, wo unsere Säte kommen? Find den Ort, wo unsere Säte sind die höchsten und probierst... ...waschen da. Das kann funktionieren. Ich verstehe. Die Späte können unterstecken zwischen dem Chaos. Bei probierst du etwas? Du meinst... Hör auf! Wenn wir diese Chance missen, werden wir noch nicht noch einen bekommen. Äh, ciao? Stand zurück! Das ging jetzt schnell. Doppeltes Ausrufezeichen. Verflucht. Er scheint schwer verletzt zu sein. Lass uns ihn zurück zum Camp bringen. Jetzt können wir uns nicht verletzen, dass wir uns verletzen können. Danke dir. Nicht so für einen Moment. Wir brauchen dich. Alle uns. Für unsere Sache. Bitte. Bleib hier. Bitte. Okay. Wie du möchtest. Du bist verletzt. Geh ein bisschen Rest. Alles andere kann warten. Okay. Letztendlich eingeschlafen ist. Kann man nicht erkennen. Eine solche Szene ist ziemlich überraschend. Kann dieser ruhelose Yaksha auch träumen? Naja. Sprich mit Yelan jetzt. Okay. Wo genau müssen wir jetzt der Sack hin, um mit ihr zu sprechen? Hm. As expected. Something strange is going on here. Oh. Traveller? Du bist beide hier. Great. Ich will mit dir sprechen. Dann unterhalten wir uns zusammen. Lasst uns die Informationen zusammenstellen. Du tausch alle gesammelten Informationen mit Yelan und Yanfei aus. Ich fühlte mich auch, dass die Sprechung uns befindet. Aber Yanfei hat es geschafft. Ja. Lege es zu Yanfei zu finden. Based auf was gerade passiert, wir können jetzt unsere Sorgen, dass die Sprechung und Zeit funktionieren chaotisch hier. In addition, wir müssen also aufhören, um die Verrückung zu verhindern, um die Verrückung zu haben, bei diesem Ort. Jetzt haben wir den Konkurrer von Demons, die nächste Sache müssen wir machen, ist finden ein Weg. Was? Eine Illusion? Ich denke so. Aber es ist schwer, zwischen Realität und Illusion hier. Ich kann nicht sicher sein. Also, ich bin die einzige aus allen uns, die wissen, was es aussieht. Für mich, das confirms, dass dieses Ort wirklich ist die Verrückung unseres. Wie mit der Tür. Es ist wie es ist, und es testiert uns. Mit der Verrückung unseres, und uns zeigen, was wir wollen, es macht die Realität, die wir wollen, nicht wahrzunehmen. Alles, was es macht, ist, entweder um uns zu reduzieren, oder um uns zu reduzieren, oder um uns zu reduzieren. Wenn das passiert, es nur ein Ziel hat, es kann nur ein Ziel haben. Es gibt uns hier, bis wir uns sterben. Was könnte es noch sein? Wir sollten uns vorbereiten, aber wir müssen uns nicht aufhören. Nein, gut. Ich wusste immer, dass es ein Geheimnis gibt, aber auch die Chishing, ich habe noch nie gehört, über diese Dinge. wie so. Yelon, als wir zuerst mit dir gingen, sagten wir, dass du etwas zu tun hattest. Was sprachst du? Ich... ... ... ... ... ... ... ... konría. Ja, Konria ama wieder. Please keep everything I'm about to say to yourselves. No one else can know. Otherwise. Yeah, anderenfalls, anderenfalls, wenn du umgebracht. We got hit. Ich bin ein paar Jahre alt, ein Wälder von Konria hat sich in den Seven Nations von T'Vat. Natürlich, Lüe war auch verletzt. Unter Rex Lapis' command, die Millilithen kämpften, die Schallteile der Frontline nahe der Chasm. Aber diese waren vicious Wälder, und das war die größte Wälder der Lüe der Welt. At a critical moment, someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned. The Liyue army eventually won the war, but there were many who never returned. Two of my ancestors took part in that war, and the one who made it back went insane. Everything about it was strange. The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. Finding out the truth has been a waiting game. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. But this place we've ended up in, and the possibilities we're facing, it's all far more terrifying than I'd imagined. We can't give up. Right now, our number one priority has to be, getting out of here alive. Die große Kluft, Kenrya. Was geschah vor 500 Jahren? Eine Frage, die wir uns in letzter Zeit nun wirklich ziemlich häufig stellen. Und was hat Zhao in dem Raum gesehen? Gegen wen kämpfte er? Können wir es wirklich schaffen, sich herauszukommen? Tja, jetzt müssen wir erstmal wieder mit allen sprechen. Hmm. Are you alright? You've suddenly... Shh. We'll talk later. I'm just processing all the existing clues we have. Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked? I have to go over everything again. Alright. Well... Oh, don't worry. I won't write down anything that you told us about. No, I meant... If you're going to analyze the facts, count me in. Na gut, dies beiden sind der Sack jetzt schwer beschäftigt. Also gut. Wo war jetzt der Sack in unser Lager? Hier drüben. Also jetzt erstmal mit Shinobu sprechen, dann der Sack gleicher Sack auch nochmal wieder mit Arataki. Und dann zu guter Letzt mit Zhao. Du schaust nicht gut. Ich glaube, Dinge haben immer noch nicht verbessert. Es ist okay. Du musst nicht in alle Details gehen. Okay, das fand ich gerade sehr aufschlussreich. Hey, Ushi. Looks like our little Lavendermelon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. And that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. Ooh. I sleep like this when I'm in jail. Good one. I do slumber like a king. Traveler? W-w-wann hast du hier? Ich bin schon sehr lange hier, aber jetzt muss ich erst mit Zhao sprechen, wenn er überhaupt wieder wach ist. Nein, er ist immer noch erschöpft. Zhao schloss fest seine Augen und gab keinen Ton von sich, wodurch die anderen ihn nicht stören wollten. Wir sind immer noch im Untergrund. Hey Mann, fühlst du dich besser? Ja, viel besser. Hey Mann, fühlst du dich besser? Tja, Müdigkeit, Angst, beides ist normal. Ja. So, anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Mmh. Yeah, just like that. Tja. Aw, Ushi, were you looking after Paimon? Hm, und dabei die ganze Zeit natürlich getrackt. Mmh. Und abgedance. Na, Paimon, fällt es dir jetzt nicht auf, dass er sagt, Zhao jetzt hier bei uns ist? Hm. Traveler, es sieht, wie der Konkurrer der Demons ist wach. Wie fühlt ihr euch? Ich bin gut. Nichts Wörter. Der Karma, den ich mitnehmen, ist gefährlich für Menschen. Hörst du dich. Na, ich habe Adepti Blut in mir, also würde ich nicht zu viel bemerken. Dank Jan-Faiths Intelligenz. Konkurrer der Demons. Könnt ihr uns erzählen, was passiert, bevor er uns zerstört hat? Kein Problem, dass es so formal ist. Just call me Zhao. Oh, sicher. Es war ein senselesses Kampf. Ich kam hier zu suchen, aber wenn ich sie gefunden habe, sie waren nicht wie ich erwartet. Madame Ping sagt, dass du dich immer auf Wongshu-Inn zu stecken, um die Main Road durch Dihua Marshen zu stecken. Es ist unbezüglich für dich zu suchen, selbst. Sie sind Nadeptus? Ich schaue mir einen Yaksha, der named Bosatius. Bosatius? Ist das einer der fünf Yaksha, wie du? Ich dachte, dass du der einzige, der noch war. Nicht ganz. Durch Genshin Impact und natürlich auch durch die Story-Quest von Zhao haben wir natürlich erfahren, dass er natürlich ja im Leben ist. Tja, ein Yaksha wurde wahnsinnig irgendwie, verstarb dadurch dann irgendwie. Einer ist ja, sagt, im Kampf gefallen. Der andere wiederum, ja, weiß ich ja, sagt nicht so genau. Der ist irgendwie auch über den Jordan gegangen. Und der letzte, der andere, ja, der ist verschwunden. Ein Yaksha verschwand spurlos. Okay, dann war es, wie es aussieht, wohl doch ein anderer Yaksha. Denn ich meinte, aber es hätte jetzt, er sagt, ziemlich gut passen können, dass dieser Bosatius der verschwundene Yaksha war. Und nicht, er sagt, der, der vom Wahnsinn anheim fiel. Er ging. Niemand wusste, wo er ging. Und ich habe nie wieder von ihm gehört. Oder er sagt, doch, der verschwunden und derjenige, der, er sagt, wirklich wahnsinnig geworden ist, war ein anderer. Der Yaksha. Aber durch die Geschichte wissen wir auf jeden Fall, einer ist im Kampf gestorben, der andere ist wahnsinnig geworden. Dann verschwand wiederum ein anderer, bloß mit dem vierten, da weiß ich jetzt nicht mehr so genau, was da war. Es war auf jeden Fall Wahnsinn, tot, verschwunden. Und ja, was mit dem vierten jetzt war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber Bosatius war uns der größte von uns. Er hat uns einmal gesagt, als Yakshas, wir werden viele Krieger erleben. Whether wir leben oder sterben, wir müssen uns beobachten, dass wir uns beobachten, und wir wissen, dass wir uns beobachten, bis wir uns beobachten, bis wir uns beobachten. Er hat er vergessen, weil er seine Heiligkeit verloren hat? Es ist möglich. Aber ich habe nicht. Ich bin der einzige Survivor. Also, es ist mein Geil, um die Fates der anderen zu finden. Lobby, du kommst zum Chasm. Hast du etwas von Bosatius gehört? Wann wusstest du, dass 500 Jahre vorhin die Beest von Konria den Chasm der Chasm der Chasm der Chasm der Chasm? Die Krieg dauerte lange Zeit. Es ist gesagt, dass in der Mitte der Krieg, ein bravierter Yaksha sah, eine heroische Krieg. Aber niemand wusste die Yaksha's Namen. Aber es waren viele mehr als fünf Yakshas in total, so es ist keine Wahrheit, dass es Bosatius ist. Wow. Aber du denkst, es wäre wahrscheinlich ihn, wenn du hierher kamst, was du hier zu investigieren, right? Ich bin bei noen sicher, und ich habe keine andere clues, except für das eine. Aber Bosatius war stolz. Wenn er in dieser Krieg teilte, hätte er seinen Namen erwähnt. Also, zuerst, dachte ich, dass der namenslöse Yaksha nicht sein könnte sein. Habt ihr Bosatius gefunden? Ja. So, es war Bosatius, du warst mit Bosatius? Ja. No way! Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and Adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament. And this can be done at any time? Woah, woah! You wanna write a will? Now? It was no accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this even possible? Our opponent is very clever. It is not safe to stay here. Everyone, whether I accomplished what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. Hmm. I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. But how do you know? You might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Hmm. Sounds like you saw them too. Yelon, you're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. I've seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? At first I had the same thought. But it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable. But it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a rift and move from one to the other. So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Whoa, 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 whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, it will take everything I've got. Wait a minute. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? You can't be serious. I saw Bosatius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. No, no way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. Hi, my neither. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. We need to go together. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better idea. But can you be certain that your plan will work? I cannot. What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work! It's not worth it! To conclude, I'm not agreeing to this plan. What if I told you this is my last will? You? That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed. Or even that it's safe. You said it yourself. Yaksha's pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, you can never be victorious. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh-so-cold and ruthless, but I'm not buying it. And anyway, losing one of us so the rest can escape? Some victory, that is. Yelon, don't be so harsh. Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. What if there isn't? Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. What do you propose we do then? As things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out, in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. Did someone say, a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right, I heard ya. No one's staying behind to let anyone else out, alright? Enough talk, it's time for action! Come on, whatever you are! Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you! Uh, easy now. Okay, schlagt zu, Arataki! Have a taste at this! Yeah! Woo! Okay, so I didn't tear the whole place down... But check it out! New path! If you need a hero, I'm the man! Na gut, ein neuer Weg steht uns jetzt bereit. Arataki hat es geschafft. Warum musst du immer so Dinge tun? Shinobu. Was hat mit Ito passiert? Hat er rausgegangen? The Boss used up all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. He did this because he heard us arguing, right? The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Whenever we get into an argument in the Arataki Gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. Another thing with Boss is, he hates it when other people sacrifice themselves, but he always seems to end up doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Giant Ego Alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? Ugh, so stupid. Wolltest du ihn nicht aufhalten? The Boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit. Ugh, it's not just him either. The other guys in the Arataki Gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up after them. I couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. We might punch our way out of here yet. Uh, Ito? Please tell Paimon you're okay. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Still, if this was an Arataki Gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. The Boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. Uh, no. To a whole lot of people. Oh, Shinobu. Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Yeah, we're going to get out of here. Leave the Boss to me. Don't worry. And that's all. Everyone? It seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. What the? So, Ito's efforts were in vain? No. It's still worth exploring. Hmm. I'll go and take a look first. Aha. I see. I'm with you. Uh... What? So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical device, remember? If this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality... Well, maybe I can use that to my advantage to track it down. Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. Hey, warte! Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me. After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. Good. By the way, um... You and Xiao seem pretty close, huh? Yeelon got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. I have to say, though, if Yeelon hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would've gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yeelon feels strongly about. She tried to stop whoever it was. From what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves. How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation can also be a burden. If I were her, I'm not sure I would've done anything different. Oh, wait, one second. I'll be right there. Hyah! Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Thank you, senpai. Please, be careful. We will. Same to you. Alright, traveler, let's go. What's up? Thanks a lot, baby. Bye. Bye. Vielen Dank.